Jawoll, nochmal ein kristallische hier in der ersten Walze, sehr fein. Zwei, drei, vier ist natürlich noch zu aktivieren, damit es hier mal losgeht. Nächster Spin. Na, also die fünfte Walze ist komplett aktiviert. Puh, 16er Multi da hinten, Wahnsinn. Bis dahin langt es natürlich nicht mit unseren Kombis. Jawoll, erste Walze ist auch komplett aktiviert, die dritte Walze jetzt mal zur Hälfte. Komm schon, gönn noch die zwei und die vier. Jawoll. Eins, drei und fünf, vollständig aktiviert. Jawoll, die zwei ist jetzt auch nochmal. Habe es einmal. Elvin, bist du eigentlich zum Stream gekommen? Habe es einmal geschickt eigentlich? Ey, Bro, ich bin, ich komme aus dem Glücksspiel. Was? Was? Was hat der gemacht? Was hat denn der gemacht? Ey, das war ich gerade am Kommentar lesen. Das kann doch nicht sein. Was hat denn der bezahlt? Alle, wir haben alle Walzen aktiviert. Alle Walzen aufgerüstet. Vier Gratisdrehs vergeben. Gibt es doch gar nicht. Gibt es doch gar nichts. Voll Witzachter. Ui, da sind mal einige Golems hier. Goleminator. So, jetzt gehen wir mal die Multis hoch, wahrscheinlich. Mhm. Weitermache. Mushrooms. Portale Mushrooms, die Räder verbringen. Na? Ich will die Cobra am Hals packen, Mann. Komm schon, gönn nochmal. Vorletzter Spin. Und der letzte Spin hier in den Freispielen. 750 Euro. Also, die muss ich mir nochmal selber anschauen, wie die zustande gekommen sind. Weiß ich gar nicht. Ich habe gerade Kommentare gelesen. Kein Plan, Leute. Aber, ma, Dankeschön. Also, wenn ich mir mal eine Villa kaufen sollte, dann stelle ich da auf jeden Fall so einen Golem rein. Geil. Super. Super.